Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Railroad. Ich habe den North Kent East Junction ausgesucht, ist seit kurzem im Workshop verfügbar und das ist quasi die Anfahrt zu London Bridge von der South Eastern Mainline und von den Metro Linien. Er meint, das passiert auf dem Fahrplan aus dem Jahr 2019 und es ist leicht angepasst, sodass man hier einen perfekten Score hinkriegen könnte. Und ja, es sieht zwar einfach aus, aber ich glaube, das könnte ziemlich eine Challenge werden und das probieren wir natürlich, dass wir das sauber hinkriegen. Okay, ich würde sagen, neues Spiel, los geht's und möge der Chaos beginnen. Ich mache hier mal ganz kurz Pause, damit wir eine kleine Übersicht haben. Hier links geht es quasi nach London Bridge rein und dann haben wir hier eine Strecke, die nach oben weg geht. Das ist, glaube ich, vermutlich Metro. Das da ist die Hauptlinie. Da geht es nach London Victoria da unten und da haben wir hier Catford Bridge, Peter Green, dann haben wir hier Mottingham, Eltham und Woolwich Dockyard. Ja, das könnte spannend werden. 79 Züge, theoretisch eine Stunde. Mal schauen, wie das wird. Da haben wir schon den Ersten, der von London Bridge kommt. Der wird nach Neacross 3. Das werde ich dir schon mal einstellen. Warte, nach St. Johns 2. Das gebe ich dir schon mal. Und Leavisham 2. Ich würde sagen, bis hier hin und dann schauen wir weiter. Oh, da kommt schon der Nächste. So, du willst nach Jack Green 2. Das ist hier unten. Mal schauen, wie fährst du da am besten. Ja, eh, einfach straight so durch. Okay. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass ich dir auch gerade die Durchfahrt gebe. Der Nächste. Dann haben wir nach London Bridge, Gleis 5. Kannst du haben. Ähm, der muss dann hier nach oben. Das heißt, du fährst erstmal bis hier hin. Nach dem Zug. Was von Anfang an hier. Du willst nach Kitzbrook. Ups. Kitzbrook 1. Dann hier, das ist Blackheath 1. Und dann Leavisham 3. Fährst auch mal bis hier hin. Und dann schauen wir mal, wie sich das mit den anderen Zügen weiterentwickelt. Läuft ja erstmal. Ah, der Nächste. Der wird nach Deepford. Ah, der fährt hier oben lang. Cool, da kann ich dich erstmal durchschicken, wenn du mir da auf den Senkel gehst. Du fährst dann weiter nach Charlton und vor Dockyard 2. Ja, ich glaube, das kann ich ihm erstmal durchstellen. Wenn nicht, muss ich es anpassen. Oh, der Nächste. Wir haben noch Lee 1. Und von Lee geht es noch Hittergreen 5. Und dann Leavisham 1. Ich glaube, so macht es Sinn. Und ab da schauen wir dann weiter. Fahrstraße für dich. Du musst London Bridge 5. Einmal nach da oben. Viel Spaß in London Bridge. Oh, echt jetzt? Leavisham... Was? Das ist M4. Ach, der fährt durch. Ähm... Okay. Ja, vor dir ist halt ein Zug, ne? Machen wir das so noch... Holy Shit. Sag einmal... Wo denn? Ach, von da unten. Oh... Lady Bell 1. Leavisham 1. Oh, das wird knapp. Ich glaube, der fährt hier zuerst rein. Oh, Leute. Jetzt werden schon viele Züge. Okay. Rush Hour hier. London Bridge 1 fährst du. Okay, einmal durch hier. London Bridge 1 ist ganz unten. Hier der nächste. Der muss auch Hit the Green 6. Der muss nach da oben. Ah... Okay. Stress. Hit the Green 6. So, fährst du jetzt mal gerad aus hier. Kannst du da noch wechseln? Ne, der muss jetzt hier nach oben. Und dann geht's nach... Äh, scheiße. Ich kann jetzt nicht weitermachen. Ah... You cross 1. Das ist da oben. Ähm... Stress. Chance. Takt Schons. Alter, ja, gleich. Ähm... Sag mal, Rush Hour ist jetzt schon ein bisschen stressig hier. so, Charlton ach man Westcom Park okay, der fährt da rüber möchte ich dir auch mal alles hier durchgeben holy shit LTM 1 auch der fährt hier weiter Blackheaf London Bridge 1 dann okay, gibt es einen Zug, an dem ich jetzt sofort kümmern muss glaube nicht, der hat auch seine Fahrt der ist weg uh ich werde die Übersicht beibehalten äh, Lebeshem 1 er fährt da unten als erstes rein okay du kommst hier als nächstes rein dann wird das schon mal voreingestellt will ich vorspulen was, wer steht hier vor rot ach so, ja, er sieht da ist es knapp ich weiß äh, bei dir geht es als erstes wird, du musst nach Hittergreen 4 fährst da auch runter du musst nach 4 äh, Lebeshem um 8, 10 abfahrt das ist es gleich mal ja, tut mir leid dass du bremsen musst äh, wir werden das hier auflösen und er muss auf die 4 da irgendwie runter äh, das müssen wir zurücknehmen der fährt auf die 4 wo bist du hin London Bridge 5 kannst du mal hier entlang fahren bitte äh, einmal hier so und erst mal nicht weiter äh, Kollege, du willst New Cross 1 und dann London Bridge beliebig ja, dann fährst du einfach mal so Drake durch ah, shit muss Hittergreen 6 fahren machen wir doch nicht zuerst Hittergreen 6 Lead 2 ähm, Moddingham 2 da ist auch schon wieder der nächste du musst dann auf die 4 das programmiert so, lass mich nicht mal einfahren also, der fährt auf die 5 okay, das wird mal gemacht ach ja, von London kommt auch noch einer du musst dann auf die 4 alles klar äh einmal so einmal so einmal so einmal so also, kommt der so auf die 4 überhaupt so, kommt der gar nicht auf die 4 äh hä, wieso ist denn du auf die 4 ja, komm ach so ja, natürlich von da ja, okay das wird gehen also, von der 4 fährst du dann da so da so da auf die 4 wo musst du hin äh, Blackheath 2 ja, liebe Züge, ich müsste kurz warten Keterbrook 2 und dann doch ein alter, Leute okay, ich muss jetzt mal kurz Pause machen sonst kriege ich Krise du musst auch London Bridge 1 ähm das ist die Strecke ganz unten fährst du mal hier so so, er hier muss London Bridge 5 das machen wir vorprogrammieren dann fährst du hier rauf rein, da rein okay er hier, ich bin noch Hittergreen so, das ist da unten ein bisschen ungünstig was du da willst äh, du fährst dann hier hin hier hin hier hin fährst dann so und fährst dann gerade weiter okay, eingestellt Catford Beach Ladyville 1 und wir dann London Bridge 1 machen das bitte auch so rüber es wird Chaos ähm er, der Kollege ist am fahren er kriegt gleich sein Ding Ding dann vergessen er fährt rüber okay ich glaub das ist es erst mal okay stressig oh, da kommt mächtig ach nee jetzt kommt der nächste echt jetzt Pulbig Junction 1 Charlton 1 geht's dann hin Blackheath 1 der fährt unten okay dann wär das ähm warte mal du musst auf die 4 okay das passt er kann doch mal vorfahren okay er fährt oben rüber das passt mal ganz gut fährst du ja du fährst einen Stockyard okay einmal voreinstellen ich glaub das wird man auch das wird man nach der Planung regieren das ganze voreinstellen hier shit der wird ausgebremst wo müsst eigentlich du denn hin St. Johns 1 soll gleich mal frei werden und dann fährst du Neacross 1 und London Bridge 4 gut eingestellt oh das wird sehr eng der fährt dann auch St. Johns 1 Neacross 2 in dem Fall dann aber bei dir ja Leute macht's mich ja dicht Neacross 2 wo ist das das ist da unten ja Moment ähm äh der fährt dann irgendwie so äh hier mal Stau der muss nach Levishem 1 das war jetzt nicht so schlau also perfekt die Punktezahl das wird hier nix wir müssen nach Kidbrook 1 wo ist das so ja da oben ok alles klar und dann später Levishem 3 ja ok das kann ich jetzt vergessen mit der Punktezahl äh ok wir haben hier Stau Charlton 1 bitteschön danke so äh schauen wir mal du musst hier dann du fährst auf die 1 und fährst dann auf die 2 ok er ist auch am düsen er ist dann am fertig werden wieder green ok ja passt er verschwindet er ist auch weg es geht aber perfekter Run ne so du musst das London Bridge 1 runterdüsen wer erledigt erledigt du musst nach Blackheat 2 steht aber noch eine Weile ok 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 der will London Bridge 1 fahren ok du fährst mir dann immer so bis hierhin fährst runter hierhin hierhin dahin 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 bis Erste oh Gott die fahren alle auf die 1 sehr gut ja Kreises Beleg Kollege oh hier der Green 2 äh ja gucken wir mal so einfach so 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 auf die 2 der will auch wieder hier aufs Gleis 1 alter was ich stehe mit euch ok eingestellt äh du musstest auf 4 dann ok du fährst einfach weiter der fährt auf ach der fährt auf junked Johnstar 1 rein ja toll jetzt haben wir hier Doppelstau wie hast du hier so warte mal du musst nach London Bridge 1 du könntest mal den hier machen und dann fährst du hier unten rüber da so rein ah shit das hätte ich machen können ja natürlich noch einer macht's bin alles voll hier ich werde dann nach Libysham 3 Ladywell 2 Ladywell 2 das ist da unten da unten abbiegen und dann hier weiter dankeschön Alter das ist okay die haben es nicht untertrieben mit dem Rush aber hier mal automatisch die Fahrstraßen wenn jetzt hier echt was geil ist der wäre dann auch London Bridge 1 noch so einer alle auf die 1 London Bridge 1 fahr bitte weiter danke hier fährt noch hier der Green okay Frau einstellen so du fährst dann gerade aus werden vergessen okay der hat schon Verspätung den kann jetzt ja fuck der hätte nicht zuerst fahren sollen der ist am Breakin St. Johns 1 bitte einmal hier nach oben oder Newcross 1 ja ich weiß ist blöd bin kein guter Fahrdienstleiter hier ah wo musst eigentlich du hin du musst nach Westkampark für dich geht es da weiter so bitteschön haben wir eine ganze Strecke frei hier gut dass ich das sehe London Bridge 4 bei dir machst dann den hier warum kannst du nicht achso ja macht ja klar wenn jetzt das hier von nebenbesetzt ist die geht sich jetzt da von hinten auf die Nerven London Bridge 1 London Bridge 1 so bitteschön machen wir gerade zweimal okay noch einer du musst noch Leis 3 hier na fuck jetzt blockierst na scheiße der muss noch Kidbrook hier rüber okay liebe Leute wir haben hier Verspätungen ich wache an blieb jetzt auf alter Scholli wo ist noch Depp4 2 wo ist das ach das ist da oben auch einmal durchstellen du fährst Stockyard alles klar so bitte einmal programmieren okay ich brauche mal kurz Pause Ladywell 1 Lebensheim 1 das heißt der fährt da unten drüber nach da oben was machen die alle London Bridge 5 London Bridge 5 es ist alles weiter oben das muss mal ganz kurz passieren einen Moment okay ich bin wieder da jetzt muss ich mal ganz kurz schauen woher jetzt gerade was abgeht du musst nach London Bridge irgendwie beliebig dann fährst du so nach unten auf die 3 rein sonst noch was zum einstellen nee er ist am fahren er steht wenn man es auf London Bridge 1 dann fährst du hier das so er ist dann auf das Gneis hier rein wer ist anledigt der Kollege muss nach New Cross 1 2 aufbahn und London Bridge 4 anschließend wer programmiert hier kommen noch welche London Bridge 5 macht das Sinn warte mal 5 ist recht weit oben das macht nicht Sinn ähm kannst du dann fährst du es so auf London Bridge 5 erstmal bis dahin ok der Gridlock hier oben der muss erstmal wegfahren der hier und dann kann der weiterfahren ok ähm der wird noch auch London Bridge 5 ja geil ähm ich weiß was dann fährst du jetzt erstmal hier zuerst ok play das alles in einer Stunde ihr seid furchtbar ich glaube wie könnte ich nicht lang durchgehend vor den Slider machen das da verlässt ja alle Nerven vor allem das ist jetzt echt ein bisschen unglücklich ach man ja noch mehr Züge klar immer rein hat noch Platz wer ist hier da unten London Bridge 3 bin noch Hinterqueen 2 ja da fährt jetzt gerade ein Zug rein ähm das ist gerade doof ich muss leider auf der 5 annehmen das gibt Bucht ja auf Zug ok muss sowieso warten ah Hinterqueen 2 fährt durch er muss warten und du fährst London Bridge also na da fährt es erstmal Levisheim 1 hier oben ach Leute Levisheim 4 Levisheim 4 Levisheim 4 oh man ey und noch einer geil St. John's 2 Newcross 3 bei dir ok fährst du mal das finde ich komische Fahrstraße äh nochmal bei dir Newcross 3 da halt einmal so filtergreen 2 ähm wieso konnte ich da bei dir nichts auswählen du musst London Bridge 4 wieder einmal direkt London Bridge 1 Leute sie müssen sagen mal ein bisschen kurz warten da hinten wieso kann ich bei dir nichts machen ach ok äh da oben du konntest erstmal hier reinfahren er fährt dann da rüber alter man 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 London Bridge 1 Susanne der wieder unten fährt ok hier wieder rein müsste auch London Bridge 1 der muss auf die 4 oh Entschuldigung 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 Scheiße Scheiße ist hier runter ah shit London Bridge 5 ja komm fahr du mal nach da oben ok das hat sich jetzt aufgelöst ja Verspätung Lebenshemd 3 fährt der jetzt weiter also du hast du Victoria 1 das heißt hier runter ähm ist dann so 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 London Bridge 5 1 der muss jetzt hier erst mal weg ja toll Jack Green 6 5 6 sorry du kannst einfahren Chaos 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 ähm Heat Green 6 nach oben warte mal äh Heat Green 6 Heat Green 6 das ist ganz da oben äh dich würde ich irgendwie gerne nach oben fahren lassen wenn es denn gehen würde du musst noch St. John's 2 kriegst du auch äh London Bridge 5 Allah Mann ey ich bin gerade ein bisschen überfordert hier New Cross 3 und dann hier rein äh London Bridge 1 bei dir London Bridge 5 so du fährst jemand weiter äh der muss nach Levis Ham 4 der fährt nach Blackheat 2 und dann nach NZ Eltham ok hier schon mal die ganze Fahrstraße ok Lee 1 was bis dahin der muss London Bridge 1 fahren ähm liebsten wenn du mir da irgendwie nach unten fahrst und irgendwie so so du fährst da London Bridge 1 die weg so London Bridge 5 bei dir du fährst dann auch gerade bitte gridlock hier ähm du fährst das erste mal nach da oben du für London Bridge 1 fährst dann nach hier unten hier rein irgendwie so und dann was noch Levis Ham 3 können wir das hier schon mal vorbereiten Blackheat 1 holy shit holy shit bisschen mit Verspätung ah man ey oh London Bridge 1 alle wollen auf die 1 runter erst mal so alter green aus new cross 2 macht ihr mich auch liebe Leute ach man new cross 3 ja ich glaub so viel wahnsinn wurde ich schon nie gehabt ey ich wollte das ja eigentlich irgendwie nach oben fahren das heißt ich mach das bei dem ja anders erst mal so so und dann war es die 5 bis wohin hab ich das jetzt gemacht ach wart schon wieder verloren kill check green 2 ok du fährst hier sucht oh holy shit was ein chaos äh der hat hier auch noch alter wie viele züge das kann es doch nicht sein und dann london bridge 1 wieder so einer 5 natürlich immer her damit danach lebe ich sie im 1 oben weiter äh so mal schauen st johns 2 gehen wir nach levis ham 2 1 1 1 fahrt ja kommt's nachher ja also ich glaube die hätten mich schon längst hier ersetzt passt auch auf die 5 die müssen beide nach 2 2 ist da unten das ist das zweite hier bis hier so beiden bis hier äh wo willst du hin der will nach depport fährt nach äh da wieder in das dockyard da hinten rein ich kann mich wenigstens erstmal problemlos stellen bis zum ende oh ich hätte hier so gerne automatisch die Pfarrstraßen äh charlton und danach fährst du nach mace ne warte mal charlton äh westcom park geht der fährt dort rüber äh auch durchstellen ist hier hin hier plus 3 für dir kommt's gleich ah new cross 2 fahrt du mal gerade aus bis dahin erstmal jetzt mal hier mal alles ah und den nächsten man holy shit das ist ja uh ich weiß nicht ob mir das gefällt dass hier einfach so unglaublich viel los ist äh ich will der queen 5 bei dir okay ähm so du fährst nach da oben und dann noch charlton 2 der fährt hier so weiter dann da rein okay der ist wieder einer für die london bridge 1 hier geil alle hier unten rein und einer für mottingham ähm ma hit the queen 6 ah das ist hier oben okay ah du musst auf die 2 weiter das machen wir gerade zweimal okay ähm also ich muss sagen weiß ich war damit ein fahrplan ich will gar nicht wissen wie lange das gedauert hat bis er das hier alles durchgehabt hat weil da muss er sich am ehemers durchspielen damit er dann halt sieht äh okay ja das geht auch perfekt aber ich sehe jetzt die pause äh hinter green 6 erst mal hier weiter ach der muss auch auf die 6 da steht jetzt er hier negros negros 1 muss oh shit ach warte mal die negros 1 das war hier unten fuck die schauen sich jetzt an ah shit ich hab's verbockt okay ich glaub das ganze würde ich am liebsten nochmal neu anfangen ähm aber für euch ist mal ein interessanter Einblick in diese Karte ich hab's natürlich voll verkackt ähm ja also wenn ihr mal FTL mit Herausforderungen braucht hier als kleine Strecke dann ist das eure Karte ich mein es sieht so von der Strecke her gar nicht kompliziert aus aber bei der Menge an Zügen ähm ja ähm ist hier gleich mal schnell ein Fehler passiert und dann ist hier Creed Lock vor allem wenn ihr euch jetzt hier zwei Züge anschauen das ist jetzt ein super fuck up okay naja wenn's euch gefallen hat dann lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo und bleibt gesund bis dann ciao ja liebe Leute das ist leider das Ende von dem Video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr bis denn dann euer Brabura bis zum nächsten Mal tschoday 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 tschoday